Innovation ist etwas, das wir alle brauchen, von dem wir alle reden und letztendlich doch oft nicht wissen, was wir dort machen oder wie wir es umsetzen. Mit Making More Health verfolgen wir den Ansatz zum einen über die Kontakte mit ungewöhnlichen Partnern, sprich Startups, sozialen Startups, aber auch mit NGOs zusammen, Dinge neu zu denken, aber vor allem auch zu machen, denn Innovation ist nicht Kreativität, Innovation heißt machen. Das ist so der eine Punkt. Innovation ist natürlich das A und O, um auch morgen als Böhringer Ingelheim erfolgreich zu sein, aber wir glauben, dass es aus der sozialen Innovation heraus neben anderen Dingen, natürlich haben wir auch Forschung und Entwicklung im herkömmlichen Sinne und wir haben sicherlich auch Innovationsansätze, die zum Beispiel rein digital sind, aber die soziale Innovation ist einer der Wege, um innovativ zu denken und auch handeln zu können und da sehen wir einen ganz, ganz großen Mehrwert für Böhringer Ingelheim.